welches set was das hier ist alles real ja natürlich da stand ich aber wirklich nicht im vertrag und ich sag nicht dass er stand auf der rückseite da hat das aber und leidig der wird schon wieder verdammte schweißer ich hab dich einfach die körper umschwingen hey gar nicht okay ich bin also wie schon gesagt das nicht hat er das hat mit dem er auf der rückseite stand eigentlich schon das stand das ding ist halt ich bin jetzt noch alleine schaffst du 3 aber er hat ja unterstützung von den snipern hier so und jetzt macht das ding chris mit vier hp also ich weiß wo eins liegt dies liegt da hinten bei dem einzelnen container wo ich wieder gestorben bin in der ecke ganz hinten links da liegt ein ja da kommen noch welche von anderen der kreativen tritt ihren traum in dem manal penetration die dieses kreis dort ist man nämlich eine ordentliche pumpe ja den versuch noch dann muss ich wirklich mal langsam anfangen muss mich doch muss ich echt womit anfangen ich muss noch berichtshäfte schreiben den muss morgen abgeben ich muss das fünf monate nach schaffst du heute nacht gehen machst du über die nacht der brottschenschlaf äh ich Arthas kein shit noch mein gott ey immer muss man warten und sprich wenn du dagegen sprichst bist du falsch zurückgeworden ja jetzt nicht mehr wenn du da oben gegen die kante gesprungen bist zum rausgehen ok ich habe jetzt schon eine andere oh ich merke grad die letzte 2 hat keine konsole mehr hehehe oh oh boomer hier liegt übrigens eine m16 noch und hier liegt noch eine andere pumpe ich war eben mit dem toten anderen die die ah und äh übrigens sage ich diesmal dafür dass wir diesmal die kanistare sammeln bist du bescheuert damit das gleiche passiert wie beim auto äh ich halte ich muss da wir müssen einfach nur alle zusammen bleiben äh leute ist euch bewusst dass hier vier medikips auf dem tisch lagen was äh klar aber ich hab schon eins wo nein hier ja ich weiß geil aber auch das ist voll lebt nochmal benutzen oder was ja ich bin auf fünf kilometer weit wegstehen und einführen mhm irgendwie ist das mir etwas zu viel doch meine m16 was haben die da oben eigentlich für waffen da kommen wir nicht rein mhm irgendwie sau doof oh jesus christ voll die schlechte schützen hilfe ja ist halt echt so so ich würde sagen wir gehen erst nach da ganz hinten rum ja also ich hole gerade einen kanister sehr gut wenn ihr mir helfen würdet ja sind unterwegs ich sammle den kanister auf ich sammle den kanister auf okay äh ich mach da mal Lone Ranger sein Lone Ranger ich verstecke mich hier einfach drin die 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 und die macht mein Spiel die Schachtgang nicht weil das irgendwie zu FPS ein bisschen führt falsch die Schachtgang mag dich nicht die Dicom wie einfach Umfeld so die Dicom müde Dicom die Dicom hässlich oh Gott ich höre nen Tank ich hab auch irgendwo was gehört oder nen Charger irgendwas dickes ich hab irgendwie Angst dass die gleich hinter mir auftaucht ich brauche noch eine Weile weil sie so fett sind will so ein Alien halt in den Taunen hochklettern und ich drehe es halt nach unten ok da ist er da ist er da ist er was ist das für ein grüner Fleck hier an der Wand Blut ich trage mich warum somis generell bluten ich dachte hier ist ein Tod nein hier manu da der riesengrüne Fleck hier an der Wand wo weht ihr da warte das war vorher nicht da ich bin mir sicher what the fuck stimmt ich hätte da so ne Vermutung er hat da ran gepfischt also ich vermute mal dass das ein Busch ist ja aber der war vorher nicht da doch dann hat es bei mir gerade eben erst geladen warte mal durch Heisen so lange du mich nicht aber erb schießt ja ich brauche ein Teil sind Musik nach städte 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 so damit fehlen noch sieben stück na manu wer von uns beiden muss das neue aliens let's playen das entscheidet die Zuschauer unter dir wir haben halt beide irgendwie los und beide aber auch irgendwie nicht ähm leute nein naja wir sind ja schon auf dem weg also ich nicht sieh nicht raus sie lässt sich ruhig zeit ok manu ich hab da was auf dem Kopf sitzen ja ich weiß aber ich komm hier erstmal nicht raus naja du hast mir schon genug den Arsch gerätet indem du da einfach alles abgefangen würdest ja ich weiß aber jetzt stehst du selbst drin naja keine verkraften machs gut liebe Höl stirb fortsatz Arcoff hat Boomer getötet wie zum Henker ja im last zent hab ich mir nur nen Kopfschuss gegeben lass mal die zwei dahinten holen hier oben hier hinten tank ja ok kriegst du hin schaffst du schon äh der läuft zu holen oh scheiße der war bei mir der hat hier voll in die freu scheiße das sind zwei holy fuck die gehen beide auf lasst euch einfach zeig hier sitzen zwei Kanister sei ich schaff das ich schaff das ich schaff das Chris lenkt die einfach so ab Ich komm lieber mal zurück, oh scheiße Ja, aber da ist noch ein Tank Ja, ich seh's Nein Oh Gott, der kommt, der kommt Oh, hinter dir Charger Wir schaffen die Scheiße, Chris Wir zwei gegen den Rest der Welt So, jetzt kommen wir mit Okay Hunter Du oder der Hunter Mach nur neue Horde Ich hör's Boah, hier ist alles grün, ne? Da ist uns fährt's halt wirklich so So, ich würd mal sagen, wir bleiben erstmal hier, bis wir die Horde so einigermaßen Slender, zwei Slendermans Wirklich Ich weiß nicht, ob die tot sind, die waren auf einmal weg Nein, da kommen sie rausgelaufen Irgendwas, äh, geil Manu, Slender, Slender, Slender Wird ja da eiskalt weggezogen, ey Und dann kommt Slender Ähm, Chris, willst du nicht auf die Combat Räufel wechseln? Oh, fuck Digga Ich weiß ernsthaft nicht, auf welches Ziel ich gerade schießen soll Okay, komm, schnell, Chris, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier die Verdammt Ja, ich halte mich vor, ich hab 27 Läuft bei dir Oh, oh, neue Runde Oh, fuck Einfach werfen, Fedder So, vier Stück noch, komm Aber erstmal das Ding hier abwarten So, jetzt können wir glauben Oh, nein Oh, scheiße Äh, ist, glaube ich, auch gerade vier Minuten unterbrochen worden? Nee, 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 nee Nur du bist raus Wir sind auch mitten drin Okay, scheiße Ähm, ich überprüche das mal kurz, bin gleich wieder nach So, Chris, jetzt los, schnell Ah, ihr lebt noch Blender Wo sind die Scheißteile Scheiße Wow Ja, ich bin schon auf dem Weg Hau ab, die, die kommen Gott Das kann doch nicht sein Hier ist noch ein D-Fri, ich hab ein D-Fri aufgehoben Ja, okay, hilf mir Da rein Das ist die schlechte Nachricht Ja Irgendwie schon So, Chris, ich werde wahrscheinlich ein Selbstmordattentat machen, aber ich hole mir jetzt diese Scheißkanister Ja, äh, das ist einer von uns beiden Toll, die hängt da oben Oh, scheiße, neue Runde beginnt Ich schmeiß dir einen runter Ich schmeiß dir einen runter Ich schmeiß dir einen runter Lauf Lauf Ich echt keine Zeit mehr, das tut mir echt leid Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir gehen, Chris? Oder die anderen Abonniert meinen Kanal Abonniert Chris Kanal Genau, abonniert Chris Kanal So, und jetzt erstmal hier Schön ihn töten Stirbtes Sau Du wirst mich niemals leben kriegen Ähm Okay, das war's dann Bis dann, haut rein, Jungs